Man kann nicht als Genie, das Horror... Jawohl, Freunde! Infinite Warfare! Zombies! Hab ich gar nicht gewusst, dass es das gibt. Zombies, Freunde. Zombies gibt's hier. Ich hab einfach so mal reingeschaut bei Infinite Warfare. Ich weiß gar nicht, ob das bei Remastered auch gibt. Auf jeden Fall hab ich das bisschen angetestet. Bin bis hier Szene 6 gekommen. Ich hab' mir Feuer jetzt meinen Agenten. Viele Zombies sind in der fünften, sechsten Szene gekommen. Das ist der Spielbereich, Freunde. Falls euch das Call of Duty Zombie Massaker hier weiter interessiert, lass es mich wissen. Ich werde mehrere davon aufnehmen. Szene 1 beginnt. Das ist der Raum. Die Dinger kann ich hier zumachen. Fenster, da kommen sie raus. Da kommen sie raus, die guten Gauner. Da kommen sie... Ja, soll ich mir die Waffe kaufen? Da, zum Beispiel einer. Ja, Szene 1 ist einfach. Szene 1 ist einfach. Viel zu einfach. Ich kauf mir einfach die Waffe gleich mal. So. Wie gesagt, bis Szene 6 hab ich's geschafft. Die ersten 10 waren einfach. Die 6. Da hab ich ein bisschen überschätzt. Hab gar nicht aufgepasst. Eddie Motherfuck. Eddie Motherfuck. Hier. Ja, das Geld muss ich nicht verschwenden. Das Geld. Für die ersten 10 hier. 3 Eddies. Kommt einer her. Wo seid ihr? Szene 1 sind wir noch. Wo sind die Gegner? Wo sind die Zombies? Oder möchtet ihr gerne Zombies? Szene 2, Freunde. Wie gesagt, falls euch das gefallen sollte, lasst mir ein Like da. Ich bin gar nicht... Bin mir gar nicht sicher, ob man das zu zweit spielen kann. Auf der Playstation. Das wäre nämlich geil. Aber es ist echt eine kleine Map, Freunde. Wie man sieht. Man kann... Man hat kaum Platz hier. Im engsten Raum. Mit dem Bösen. Komm her. Zeig dich. Kommt einer hinter mir. Bis der... Die langsame Kröte da kommt. Wo ist denn der Typ? Hier ist er. Du hast mich erschreckt hier. Kollege, hier. Kriegst du ein Messer von mir? Schuss habe ich eigentlich genug. Wieso gibt es hier keine MP oder sowas? Ist das... Sag hallo zu meinem kleinen Freund. Sag hallo zu meinem kleinen Freund. Und ich meine kleinen... Den Spruch hat sie von mir. Hey, den Spruch hat sie von mir. Ohne Strom macht dieser Ort keinen Spaß. Den Spruch hat sie von mir. Das habe ich von Scarface. Sag hallo zu meinem kleinen Freund. Und ich meinte nicht den da oben. Ich meinte den da unten. Das kommt von mir. Und das hat sie... Scheiss hat sie voll von mir. Diebe! Spieldiebe hier! Pindlichkeit ist glaube ich... Was ist das überhaupt so ein Scheiss, Mann? Atomspalter. Kenn ich nicht. Hey. Ich lasse mich nicht zurückdrängen hier. Empfindlichkeit sollte ich vielleicht ein bisschen runter schrauben. Aber geht noch. Okay. Was ist das überhaupt? Pilen. Alles klar. Munition. Ich liebe es, wenn wir Munition bekommen. Wahrscheinlich meine... Achso, kann ich nur eine Waffe haben oder was? Aufgepasst, Jungs. Mein Lauf ist sowas von länger als eurer. Okay, jetzt müssen wir schauen, wo die andere Waffe ist. Na, ich kann nur eine Waffe nehmen. Pfeff hätte ich den Sprottlaut vertragen sollen. Ja, kriegt mich nicht lebendig. Ich schuf ja einen Glatzkopf da. Scheiss zu hier. Hoffentlich breche ich mir dabei nicht einen Nagel ab. Ja, genau. Ich spiele eine Frau. Ich spiele eine Frau. Ah, hier wird langsam die Hölle los. Komm her. Sollte ich vielleicht mehr die Dinger da auch zumachen. Du lebst noch? Du lebst noch, Willi? Da kann ich nichts zumachen. Da kann ich was zumachen. Komm schon. Bretter die Scheisse zu hier, Kollege. Gib ihm. Alles klar, Szene 5. Wird gestartet. Habe ich genug Munition? Zu viel Munition, Kammer. Da habe ich zu, da habe ich zu. Da habe ich offen. Da schaue ich gleich mal hin. Ah, shit. Voll daneben getroffen. Erwischt. Mach ich auch gleich zu. Schnell, schnell, Gamer. Sie können hinter dir lauern. Du weißt es noch nicht. Okay. Sei scheiner. So kommt hier nicht rein. Stilio-Bahn. Komm her. Afrika, Afrika, auch noch. Shit. Boah. Ne, 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 ne. Ich werde nicht sterben. Ich sterbe nicht. Andere Waffe wäre nicht schlecht. Sackgasse. Uh, oh, äh, äh. Das Beste an deiner Performance ist, dass sie vorhin ist. Das hast du wenigstens gut gemacht. Also, im Einkaufszentrum bin ich schon mal nicht. Okay, Freunde, das muss ich noch einmal wiederholen. Das muss ich noch einmal wiederholen. Das lasse ich nicht. Wo bin ich? Was ist hier? Kann ich das noch einmal wiederholen, die Szene, oder was? Oder was? Oder wie? Rein in das Licht, oder? Geht nicht. Halten. Für die Selbstwiederbelebung. Szene 5. Ich bin noch in der Szene 5. Okay, Freunde, es geht weiter. Es geht weiter. War ich jetzt irgendwie tot, oder so? Gibt es da keine MP, Mann? Oder andere Waffe. Oder irgendein Scheiss, Mann, hey. Komm schon. Was ist das für Scheiss? Ich habe da Karte rumgeschalten. Keine Ahnung. Ähm, vielleicht sollte ich eine dieser S&G-Karten benutzen. Äh, jetzt mal ernsthaft. Die Dinger sind doch nach 5 Sekunden wieder unten. Gehen wir doch nicht aus. Gehen wir doch euch nicht aus, Freunde. Was mit deiner Scheisskarten auf sich hat hier. Kann ich die Scheisshautomatik schalten? Nein. Doch nicht so ein altes Wäffchen. Äffchen. Ich bin immer noch in der Szene 5. Ich habe mich wiederbelebt, irgendwie. Wie benutze ich die Scheisskarten, Mann? Keine Ahnung, ey. Shit, Mann. Kommen sie da, oder was? Zumachen die Scheisse schnell, komm. Immer schön brav zumachen. Es werden zu viele. Szene 6. Szene 6, Musik, komm. Ey, was machst du für einer? Achso. Die Kleune, Kleune, Clowne. Clowns. Äh. Was ist dir schmecken? Clownboy. Äh, du explodierst bei mir nicht, Kollege. Was? Da kann man was aufnehmen? Maximale Munition. Oh, das gefällt mir. Scheiße. Ey, Szene 7. Cool. Wo kommen sie? Wo kommen sie? Wo kommen diese guten Menschen her? Ah, wo sind sie? Wo sind die Gauner? Komm schon nicht rein. Ah. Komm schon nicht rein. Gleich da. Reißt mein Zaun nicht nieder hier, ja. Kleine Viecher, ja. Komm her. Komm her. Ich stich dich ab. Du hast was Besonderes verdient hier. Wow, du hast. Du bist ja ein Harte. Du bist ja hart im Nehmen hier. Kommt her. Shit. Wieso habe ich keine andere Waffe, Mann? Wieso habe ich keine andere Waffe? Was hast du? Woh. 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 Ich muss das besser üben, Freunde. Was ist das? Gamer, Karte, 19, 84. Auf jeden Fall, Freunde. Das war meine ersten Runden. Nimm es mir nicht übel. Wollt ihr mehr von dieser Scheiße sehen? Soll ich die Scheiße reißen? Ich weiß gar nicht, wie man andere Karte spielt. Überspringen. Portefahren. Hier, wie man sieht, Ausrüstung. Quartiere. Quartiere vielleicht. Film. Ich weiß es nicht, Freunde. Auf jeden Fall. Haut rein. Ich weiß es nicht, wie man sieht, 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 Vielen Dank.